So, und da sind wir wieder. Ich bin jetzt noch eine Weile gelaufen, war nochmal auf dem Ansitz, wie man vielleicht an der Zeit sieht, und an den Kilometern auch, und da hinten habe ich eben den Bock gehört, und da steht er auch schon, ein prächtiger. Ich denke, wir werden gleich mal zum Schuss übergehen, und den will ich eigentlich bekommen. Und wir flicken immer an, so wie es das gehört, aber er kommt mir nicht mehr weit. Tja, und ich würde sagen, mit dieser Erlegung würde ich auch gleich schon wieder Tschüss sagen, weil ich wollte euch nur nochmal zum Abschluss einen Bock zeigen, und ja, es hat ja eine ganze Weile gedauert, so lange war ich noch nie aufjagt, ja, von der Kilometeranzahl. Und von der Zeit in Realtime war ich jetzt drei Stunden in den deutschen Wäldern nur für euch unterwegs, habt natürlich auch aufgenommen, viele Misserfolge haben wir zusammen gehabt. Und jetzt zum Abschluss nochmal ein schöner, starker, hoffentlich Bock, er sagt zumindest von Weitem sehr stark aus, liebe Freunde. Die Framing-Projekte sind wieder mit von der Partie, die dürfen wir natürlich auch nicht wählen, und ja, mal schauen, was es denn für einer ist, oder was er für einen Score hat, vielleicht ob es unser höchste sogar ist, der letzte, das wäre da auch mal als schönes, und den habe ich jetzt wirklich gerade erst gehört, den habe ich jetzt gar nicht lange angepascht, oder dergleichen, und hast du nicht gesehen. Ähm, joa. Mal schauen, der ging gut aufs Blatt drauf, denk mal. Oh ne, im Body wieder mal nur. Schade. Aber, aber er liegt. Ähm, oh ne, das müssten wir nochmal finden noch. Wer liegt da? Oh, die Schlangen sehen stark aus, aber das kann täuschen. Naja, okay, nicht der Größte, aber, hm. Wir haben einen 147er-Score, Punkt, 0, 9, 8, gut. Ähm, so, kann ich mal schnell noch sagen, was wir alles erlegt haben. Wir haben einen 105er erlegt im Score, einen 128er- und einen 147er- und natürlich noch am Anfang, was ihr leider nicht mehr gesehen habt, einen 120er. Aber, ich sag mal, eine gute Bilanz, wir haben 1, 2, 3, 4, ja, 4 Böcke erlegt, plus Schweine und Rotwild. Also, Rotwild, ja, Rotwild haben wir eins erlegt, ne. Ne, haben wir, weiß ich jetzt gar nicht. Aber, okay. Denn, würde ich sagen, wir sehen uns dann, wenn's wieder heißt, ne, let's play, da, 2013, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß bei der Bockjagd mit mir. Und ja, also, falls ihr was wisst, ne, der Hunter zu zweit jagen und hast den nicht gesehen, schreibt's in die Kommentare. Ich verabschiede mich erstmal und wünsche euch noch ein kräftiges Weidmannsheil. Ciao.